Hallo, mein Name ist Gottschling, Christian Gottschling. Wie immer geht es in diesem Kanal um das Thema Investment, Immobilien und Management. Heute habe ich mal einen Vor-Ort-Termin. Wir schauen uns mal eine Wohnung an, wie die derzeit aussieht, was da zu tun ist und was wir im Bereich Facelifting machen. Wenn dir das gefällt oder spannend ist, dann bleib einfach dran.